Hallo Freunde, auf vielfachen Wunsch gibt es heute wieder eine Verlosung und zwar werde ich Thomas Müller verlosen. Und das Schöne an der Geschichte ist, der Gewinner kann sich sogar noch die Formation aussuchen. Das heißt, ich werde ihn erst kaufen, wenn der Gewinner mir gesagt hat, welche Formation er haben will. Also sucht euch irgendeiner aus und dann werde ich ihn erst steigern. Des Weiteren werde ich noch zweimal 5000 Coins verlosen. Das heißt, ab 20 Likes werde ich Thomas Müller verlosen und natürlich auch 20 Kommentare. Ab 50 Likes und 50 Kommentare werde ich noch zweimal 5000 Coins verlosen. Es gibt also diesmal drei Preise zu gewinnen. Und einfach alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar schreiben und den Daumen nach oben zu geben. Am besten schreibt ihr mir in die Kommentare, welchen Spieler ihr als nächstes verlost haben möchtet. Er sollte sich aber so im Rahmen von 10.000 Coins bewegen. Okay, also macht mit, seid dabei und den Gewinner werde ich bekannt geben am Dienstagabend. Oder die Gewinner. Macht's gut Freunde, bis bald. Macht's gut Freunde, bis bald.